Herzlich Willkommen bei Nico Großes. Herzlich Willkommen auf der Seine Comtesse. 114,3 Meter Flusskreuzfahrtschiff erwarten hier die Gäste mit einer Breite von 11,40 m. 150 Passagiere finden hier Platz und rund 40 Crewmitglieder kümmern sich um das Wohlbefinden. In Dienst wurde die Seine Comtesse bereits 2001 gestellt. Teilrenoviert in 2019 gehört sie zu einem 4-Sterne-Kabinenschiff. Hier befinden sich die Oberdeckkabinen mit der abseckbaren Fensterfront. Vor dem Restaurant am Heck des Schiffes gibt es nochmal die Möglichkeit auf das Sonnendeck zu gelangen. Eine geräumige Treppe führt dann auf das nächste Deck herunter. Die Kabinen auf dem Mitteldeck haben Fenster, die sich öffnen lassen. Sie haben aber keine Scheiben, die wie auf dem Oberdeck bis zum Boden der Kabine führen. Die Mitteldeckkabinen am Bug haben auch Fenster, auch größere Fenster, aber diese sind nicht zu öffnen wie auf den Mitteldeckkabinen am Heck. Sie sind deshalb auch etwas günstiger in der Kategorie. Das Hauptdeck hat Kabinen mit einem nicht zu öffnen kleineren Fenster. Die Mitteldeckkabinen Die Mitteldeckkabinen Die Mitteldeckkabinen Im Loungebereich findet auch das Frühaufsteherfrühstück ab 7 Uhr statt. Das normale Frühstück, das große, beginnt von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Dies hier ist die Bar der Seine Comtesse und es stehen genug Sitzmöglichkeiten für die Gäste zur Verfügung. Die Mitteldeckkabinen Die Mitteldeckkabinen Die Mitteldeckkabinen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Panoramafenster lässt sich mittels Knopfdruck betätigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Danke fürs Zusehen. Gerne schaut euch auch die anderen Reisevideos auf meinem Kanal an. Untertitelung des ZDF, 2020